Im Zuge des Wintereinbruchs in den USA hat sich der US-amerikanische Filmstar Jeremy Renner beim Schneeräumen schwer verletzt. Sein Zustand sei kritisch, aber stabil, wurde in der Filmzeitschrift Variety eine Quelle aus seinem engsten Umfeld zitiert. Er werde hervorragend versorgt. Wo sich der Unfall ereignete, war zunächst unklar. Der Schauspieler, bekannt als Hawkeye in den Verfilmungen der Marvel-Reihe, besitzt ein Grundstück im US-Bundesstaat Nevada. Für seine Rollen in Tödliches Kommando und Stadt ohne Gnade wurde Renner für den Oscar nominiert.